Nachhaltigkeit. Viele fragen uns, was das für HIP bedeutet. Es bedeutet, der Natur nur so viel zu entnehmen, wie wieder nachwächst. Mit ihr behutsam umzugehen, um Gesundes zu ernten und als Familienunternehmen seit Generationen biologisch anzubauen. Wir tun das, um die Zukunft unserer Kinder lebens- und liebenswert zu erhalten. Dafür steht der Name HIP. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Untertitelung des ZDF, 2020